Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas. Gleich noch ein Video am nächsten Sonntag. Man ist es gar nicht mehr gewohnt von mir, aber tatsächlich das nächste Video. Ich habe mit Nico eine frühe Morgenrunde gemacht. Heute ist Trail Surfers Season Ending Day oder so irgendwie. Genau, wir waren leider nicht am Eventgelände unten, weil uns die Zeit nicht gereicht hat. Aber wir haben hier oben in oberstem Feld eine Runde gedreht und sind die Trails gefahren. Ich habe endlich ein Goal von mir abgehakt sozusagen und zwar auf dem Kronau Trail ganz am Anfang Skab zu springen. Seht ihr aber im Video ganz am Ende. Also dranbleiben. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wir waren heute echt früh unterwegs für unsere Verhältnisse. Und zwar richtig geil, richtig geile Stimmung. Das Wetter ist immer noch richtig nice. Wir fahren jetzt heim. Das war es für uns für heute, für den Tag. Aber für euch geht es jetzt erst los. Schaut mal auf Instagram vorbei. Da seht ihr auch noch ein paar Clips von außen von mir, wie ich den Kronau Trail fahre. Genau, ich blende euch das mal ein. Aber jetzt geht es auf die Trails und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Let's go! Reingeht's. Der Nico vor mir. Muss sich jetzt anstrengen, wenn er vor mir fährt. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Junge! Wild! fahr weiter ich fahre den trail zum ersten mal habe keine ahnung was hier kommt ein steilsack da? ah jo ok oh plötzlich gerade vor uns wild Danke! Scandi ist hier aber... Nice! So, nächster Trail Noch ein bisschen was naturbelasseneres Stecklesleger Hier waren Forstarbeiten Wild Aber der Trail ist frei Freut mich Boah, das ist eine Rügegasse hier Nur keine Bäume mehr So, nächster Trail Neko fährt mal wieder vor .. ... ... Eww So Freunde, wir fahren den klassischen Birktrail in Oberstenfeld. Ich bin noch blatt von gestern. Gestern war das Eberbach Opening und irgendwie bin ich davon noch blatt. Aber egal. Trotzdem wird Gas geben hier. Es war ein paar Leute. Heute ist nämlich Trail Surface Closing. Echt? 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 oh wow Untertitelung des ZDF, 2020